Als Bauingenieure und Architekten gestalten wir unsere Lebenswelt nachhaltig. Wir bauen mit am Fundament der Zukunft und beeinflussen so kommende Generationen, gerade wenn es um Themen wie Klimawandel und Digitalisierung geht. Ein Studium bei uns an der Fakultät Architektur und Bauingenieurwesen vermittelt dir mit viel Praxisbezug alles, was du für den perfekten Start ins Berufsleben benötigst. An unserer Fakultät, kurz FAB, gibt es die Bachelorstudiengänge Architektur, Bauingenieurwesen sowie Bauingenieur digitales Planen und Bauen. Vor Studienbeginn musst du ein paar Voraussetzungen beachten. Wichtig ist ein geeigneter Schulabschluss und die mehrwöchige Praxisphase, die du in der Regel in einem Bauunternehmen absolvierst. Das Studium an der FAB ist sehr praxisorientiert. Das heißt, dass es neben klassischen Vorlesungen auch Übungen in unseren Laboren sowie verschiedene Praktika gibt. So bekommst du einen guten Einblick in die Berufswelt, kannst Gelerntes direkt anwenden und zudem Kontakte zu künftigen Arbeitgebern knüpfen. Das Bauingenieurstudium über sieben Semester bildet das gesamte Spektrum des Bauingenieurwesens ab. Von Wasser über Stahl bis hin zu Holzbau. Beim Studiengang Bauingenieur digitales Planen und Bauen liegt der Fokus verstärkt auf der Digitalisierung der Bauwelt. Hier lernst du etwa Großbauprojekte auf digitaler Ebene zu planen und zu koordinieren. Während deines gesamten Studiums nimmst du zudem an Exkursionen und Baustellenbesuchen teil, bei denen du bereits erste Kontakte zu Firmen knüpfen kannst. Wir laden außerdem regelmäßig externe Expertinnen und Experten ein, die über aktuelle und spannende Themen referieren. Das Studium an der FAB ermöglicht dir, später einmal selbstständig und eigenverantwortlich Aufgaben im Bereich Bauen im Sinne der Nachhaltigkeit zu meistern. Ob nun in Planungsbüros, Baufirmen oder in der öffentlichen Verwaltung. Als Bauingenieur hast du ein breites Einsatzspektrum. Nach erfolgreichem Abschluss erhältst du bei uns den Titel Bachelor of Engineering. Und wenn du anschließend noch tiefer in die Materie eintauchen möchtest, kannst du direkt im Anschluss in unseren Masterstudiengängen dein Wissen erweitern. Haben wir dir eigentlich schon erzählt, dass Würzburg die perfekte Stadt zum Studieren und Leben ist? Mitten im schönen Unterfranken gelegen mit vielen potenziellen Arbeitgebern sowie tollen Cafés und Bars hat Würzburg einiges zu bieten. Unsere Fakultät befindet sich übrigens mittendrin, nur wenige Minuten von der Innenstadt und dem Hauptbahnhof entfernt. Ein Studium an der FAB legt also den Grundstein für deine Zukunft. Wir fordern dich, bieten viel Praxisbezug, sind immer am Puls der Zeit und natürlich auch für dich da, wenn es einmal nicht so gut läuft. Für welchen unserer Studiengänge du dich also entscheidest? Wir geben unser Bestes, um dich in familiärer Atmosphäre perfekt auf dein späteres Berufsleben vorzubereiten.